Der Frau war nicht mehr zu helfen. Sie versuchten es trotzdem. Sie laberte die Polizisten, die sie abführten, mit Bibelstellen voll. Der Polizist zeigte mir ein Blatt Papier und seine Stirn legte sich in Falten. Hier steht, dass auf der Kleidung des Verletzten Lackspuren gefunden wurden, die er sich selber nicht erklären kann. Lackspuren? Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Wieso? Sind Ihnen in diesem Fall schon einmal Lackspuren begegnet? Und wenn ja, weshalb haben Sie uns nicht davon unterrichtet, Malone? Ich machte mich zu Fuß auf den Weg in die Autowerkstätte, bei der eine bestimmte junge Dame als Lackiererin arbeitete. Es war schon spät, aber in der Werkstatt brannte Licht. Ich trat ein und die junge Frau sah mich verblüfft an. Sie? Wollen Sie um diese Zeit etwa euer Fahrrad umspritzen lassen? Nein, danke. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie einen Herrn Tobler kennen. Tobler? Wer soll das sein? Der Geschäftspartner Ihres Freundes. Ach so, das ist mir egal. Im Übrigen bin ich mir nicht sicher, ob ich einen Freund habe. Weshalb haben Sie Tobler niedergestochen? Haben Sie zu viele Farbdämpfe eingeatmet, oder was? Ich habe niemanden niedergestochen. Hat er herausgefunden, dass Sie hier geklaute Autos umlackieren? Hat er sie erpresst? Blödsinn. Okay, die Wagen sind geklaut. Was soll's? Ich werde fürs Lackieren bezahlt und nicht für meine Ehrlichkeit. Wo ist das Messer? Was für ein Messer? Fehlt Ihnen auch eines? Uns ist das Probmesser geklaut worden. Wo ist Ihr Freund jetzt? Er sagte, er wolle ins Spital. Er müsse noch etwas erledigen. Kam mir seltsam vor. Aber ich mag ihn. Vielleicht ist er tatsächlich mein Freund. Wissen Sie, ich mache mir nicht viel draus. Männer sind wie Autos. Wenn der Lack abblättert, soll man sich ein Neues zutun. Ich machte mich schleunigst auf den Weg ins Spital. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich ein Taxi fand. Ich kam gerade noch rechtzeitig. Ein Mann mit einem Messer in der Hand schlich am Wachposten vorbei und war gerade dabei, die Zimmertüre zu öffnen. Ich knöpfte ihn mir vor. Er schrie jämmerlich. Danach wurde es ruhiger. Ich habe alles nur für Melanie gemacht. Ich liebe sie. Deswegen müssen Sie doch nicht gleich den Beruf wechseln und zum Metzger werden. Melanie hat Schulden. Sie war früher süchtig. Heavy drauf. Jetzt ist sie clean. Aber sie hat über 200.000 Franken Schulden. Ich wollte ihr helfen. Sie wollten die Erfindung verkaufen, nicht? Ja. Wir könnten sie sofort zu Geld machen. Problemlos. Aber mein Geschäftspartner möchte die Idee selber vermarkten. Das kann noch zwei Jahre dauern, bis das läuft. So lange kann ich nicht warten. Da dachten Sie, ich lege ihn um. Dann gehört die Erfindung mir. Und Melanie hat keine Schulden mehr. Genau. Ich wusste, dass Sie mich verstehen würden. Lassen Sie mich jetzt los. Ich knallte ihm meine Rechte unters Kinn. Er sackte weg und fiel auf den harten Fußboden. Ich holte eine Zigarette hervor und zündete sie mir an. Es dauerte noch eine Viertelstunde, bis der Wachmann erwachte. Er grunzte etwas von Mittagspause, furzte und ging auf die Toilette. So geht das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017